Dann haben die wieder was Neues davon. Lieber einen Saft trinken, hast du recht. Weil er schmeckt lecker, ist ausgewöhnlich fruchtig und auch noch gesund. Brauchst du auch eine Saftpresse dazu und wir haben die unterschiedlichsten Modelle getestet. So schön kann der Hans-Ulrich Fönergau uns, liebe Zuschauer. Guten Morgen. Grüß dich. Wir gucken uns als erstes einen Film mit Denzel Washington an, toller Schauspieler. Eigentlich nicht, ja. Und der ist geladen mit vollen Chemikalien. Gleich, lass uns mal ein paar Bilder sehen. Wir gucken erst mal rein. Das ist aber ein richtiger Action-Thriller. Wenn ein Film von Regisseur Tony Scott angekündigt ist, ist das der... Das ist, verstehe einen, nimm die Geschichte so wie sie ist. Dass ein Zug mit Explosiver war, sagt, es geht nicht mehr, es geht absolut nicht mehr. Und Washington mit seinem Kumpel sagt, es geht, wir versuchen was, egal wie. Und dann versuchen sie es. Und das ist gut gemacht, ist rasant geschnitten, Montage. Du, das ist so Kino, wo du sagst, hey, ist okay, das ist Adrenalin für die Augen. Ist da auch ein bisschen Romantik mit dabei? Nein, überhaupt nicht. Romantik hat da nichts zu suchen. Gar nichts zu suchen. Aber auf Romantik kommen wir gleich. Nein, da bin ich ja froh. Da möchte ich auch über den zweiten Film lieber sprechen. Ich finde, Denzel Washington kann nämlich eigentlich ja auch beides. Deswegen fürchte ich ja, es ist ein bisschen unterfordert. Genau, zweifacher Oscar-Preisträger. Aber soll der immer Kunst atmen, der darf auch mal bitteschön mal die Schippe nehmen. Und es gibt ja nicht nur die großen. Letzte schöne Herbsttag. Ich sage dir, wenn ich hier sitze und über einen deutschen Film rede, heißt es ja meistens wie vorige Woche, Gähn, Gähn, Gähn. Jetzt haben wir wirklich eine kleine Sensation. Wir haben in Deutschland einen deutschen Woody Allen, der heißt Ralf Westhoff. Sprechen Sie richtig aus? Ralf Westhoff kommt aus München und hat vor drei Jahren mal einen Film gedielt, Shopping. Mal was von gehört? Speed Date. Wieder so ein Hörspielfilm, weil es richtig, richtig klasse, gut unterhaltsam ist. Weil es Ralf-Herbsttag. Dankeschön. Dankeschön. Es gibt ja Lieder, die hat man irgendwann mal gehört vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Die kann man auswendig, auch heute noch. Text sicher. Wir sind alle textsicher bei dem Lied My Name is Luca. Denn der Text geht so. Aber auch den Rest kann man. Man kann tatsächlich den Rest, werden Sie gleich noch sehen. Denn Susan Vega, die... Berlin ist eine einzige Baustelle. Irgendwann kommt sie her und wird dann singen. Mikro haben wir aufgebaut und dann freuen wir uns schon sehr auf auch die neue Musik von Susan Vega. Die hat ja auch noch mehr Lieder komponiert. Und mein Name is Luca, singt sie trotzdem. I live on the second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Heute Morgen gleich der große Versuch. Wir spielen nämlich die Säulen der Erde, Kindvollet, das Spiel. Denn die Säulen der Erde läuft ja an in Sat.1 in der kommenden Woche. Und gleich auch zu Gast eine Sängerin, die wir schon angekündigt haben, kreuzt die andere. Doch dafür bringen Mars und Merkur im Zeichen Schütze einiges in Schwung, was in den letzten Wochen einfach keine Zündkraft hatte. Kennen Sie das? Sie haben unglaublich gute Ideen und teilen die dann auch noch mit Freunden. Doch es kommt leider nie dazu. Sich zum Beispiel öfter zu sehen, mehr Sport zu machen, öfter mal wegzufahren. Man bleibt aufgrund alltäglicher Aufgaben im eigenen Haufen guter Vorsätze und Pläne stecken. Damit Sie im Moment nicht noch mehr anhäufen, geht es jetzt darum, mindestens ein Vorhaben umzusetzen. Mond befindet sich im Zeichen Steinbock. Da kann es auch was Ruhiges, Meditatives sein. Dieser Mondstand ist nicht unbedingt die ultimative Stimmungskanone, doch für kontemplatives Sein immer zu haben. Schützen Wissen von Natur aus viel, zumindest wirken sie meist so. Im Moment ist es angesagt, aktiv für mehr Weisheit zu sorgen. Besuchen Sie heute einen Vortrag oder lesen Sie es, um sich dabei sauwohl zu fühlen. Bei den Steinböcken ist die Laune so lala. Je weniger Sie danach gefragt werden, desto besser. Denn für Sie ist es immer das Auftragen so gerne mitmachen würden. Die Luftzeichen sind als Animateure gefragt. Zwillinge bei den Wasserzeichenräumen Fische jetzt aufkommende Hindernisse charmant aus dem Weg. Sehr zur Freude von heute ist Sternzeichen Widder. Liebe ist eine Komposition, bei der die Pausen genauso wichtig sind wie die Musik. Senta Berger, einen schönen Pausentag wünsche ich Ihnen. Tram von Hand aufs Herz und natürlich Hans-Urrich Pönack, unseren Filmkritiker. Das ist ja im Endeffekt so das Objekt, das Angstobjekt, Hans-Urrich Pönack, der Kritiker. Absolut, absolut Angstobjekt. Und für dich das Objekt der Kritik? Natürlich, natürlich. Wie fühlt es sich das an, neben so einem, der ist natürlich schon ein ganz, ganz harter Brocken hier zu sitzen? Nichts Falsches sagen. Ich fühle mich denn gerade so gewachsen, aber ich durfte auch nichts anderes sagen. Bin ich auch kurz zu tun auf die Schauspieler, die du kritisierst? Gar nicht. Gar nicht, ne? Ich will keine Nähe haben, weil das bringt ja dann schon wieder Vertrauen. Eine Einzelausnahme ist Götzke Rorge. Hast du schon mal Angst gehabt, oh, wenn ich den jetzt treffe, der habe ich ja so kritisch nö, ne? Nö, oh Gott, du, 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 nö. So, Sonja spielt ja mit in Hand aufs Herz und dann gucken wir mal rein. Jo! Alles ist gut. Das wollten wir eigentlich vermeiden, aber... Setz euch lieber hin. Der Beweis, wie ich mal lieber spielen können, wer. Am Montag übrigens startet hier in Sat.1 die Säulen der Erde von Ken Follett und es gibt ein ganz tolles Spiel. Ich habe Matthias Kelling zu Gast mit Karen Heimel. Wir beide sind schon ganz aufgeheizt, weil Donald Sangerland kommt.